Hast du noch eine Munitionskiste? Ich habe eine Munitionskiste, ja. Ich hatte zwei voll. Darf ich dir noch ein bisschen Munition rübergeben? Moment. Wenn du Platz hast in deiner Kiste. Welche passt denn in die Magazine rein? Oh, ich habe eins gefunden! Wie geil! Die... wie heißt's? Munitionskiste? Die 5... 1650er. Die M4 Sachen sind, wo die reinpassen. Nee, ich habe hier ACP. Die kann ich mal kombinieren. Okay, jetzt habe ich da schon mal ein bisschen weniger Platz. Nee, geht nicht. Okay. Geht nicht, geht nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Nee, ich habe keine passende Muni. Aber wenn du mir die Muni gibst, könnte ich noch was unterbringen. Ja. Hau mal Munition in so ein Ding rein. In so ein Magazin. Ein Magazin kann ich noch nehmen. Ja. Ausgeschmissen. Gut. So, jetzt habe ich zwei M4-Magazine. Ja. Ich habe ein Doppel-M4-Magazin. Da nehme ich noch ein M4-Magazin mit. Ja, genau. Ein leeres. Munition dafür habe ich auch mittlerweile ein bisschen Hass. Für die FNX habe ich massenweise Munition. Gut, ich habe jetzt auch noch voll, dann können wir jetzt... Moment. Ja, ja, ich war schon. Ich habe gerade ein bisschen Platz. Hä? Hä? Was denn? Ah. Ich verstehe gerade nicht, warum... Ich hatte doch gerade sechs Plätze frei. Moment. So. Rein da. Und rein da. Ey, wo bist du? Was machst du so? Hopping. Was hast du... Hast du gefunden? Äh, jede Menge M4-Munition. Eine Munitionskiste. Magnum habe ich. Und ich habe eine Blazer-Munition. Nett. hier haben. Ne, du kriegst ja Limousin. Ein Sniper pro. Ja, okay. Oder eine M4-Munition. Jedenfalls mehr als zwei Schuss, bitte. Eben, du hast ja jetzt auch noch eine Fenix. Mit Magazin. Ja. Gut, können wir... Immerhin etwas. Ja, ich bin bereit. Wir können da runter zu dem Zombie. Okay. Äh, runter und raus rennen? Hätte ich fast gesagt, ja. Und außen dann treffen. Ace, hast du einen Rucksack? Einen großen, ja. Wunderhübsch. Gut, hier ist alles klar. Hier ist nichts. Hier ist niemand. Ich habe aber einen Zombie gehört gehabt. Mehrere Male. Ja, komm. Wo? Da. Hast du mich? Ja. Da hinten steht ein Zombie. Bei der ist außerreich bei dir. Wo? ganz am Ende der Straße dass diese Türen immer nach außen aufschwingen müssen okay ich bin auf dem Weg nach oben Schraubenschlüssel eine Säge liegt hier noch gebrauchte Turnschuhe okay weiter geht's weiter Richtung Militärgelände also Richtung Militärbasis oder mit zu der großen Militärgelände Militärbasis oder ich weiß nicht in der Basis haben wir noch relativ viel gefunden gehabt dann gehen wir zur Basis die ist südlich ich folge dir dann müssen wir Richtung Hangar okay wir halten uns links von den Hangars und laufen auf dem ähm laufen da im Gebüsch weiter geh mal ein bisschen weiter auf die Seite Corby ja genau ey Mann da waren denn lang aber ich möchte uns jetzt hier auch nicht begegnen ne also als Scharfschütze vielleicht aber sonst ja aber sonst ne obwohl als Scharfschütze begegnet man uns auch nicht links vorbei du meinst doch so ja den Weg kennst du ne ich kenn den Weg oh Scheiße Zombie und ich bin dafür dass wenn wir uns wieder auslocken irgendwo in nem Gebäude über der Treppe auslocken wo man uns aber auch nicht so leicht erschießen kann bitte ja schon bist du da ich bin da ok anwesend Militärbasis ihr seid in der Militärbasis erschossen worden oder auf dem Flughafen auf dem Flughafen auf dem Flugplatz auf dem Flugplatz scheiße Alter wir waren so gut wir waren so gut ausgerüstet aber das geht ja jetzt schon wieder ne müssen wir halt noch ein Atrelius irgendwie zu uns bekommen so stopp mal oh jetzt ist doch mal gut hier mit euch fucking Zombies Junge können wir da reinschauen das ist da kann man nicht reingucken genau äh dann müssen wir jetzt Moment ich muss mich kurz orientieren komm 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 vom offenen Feld weg hinter die Tane hier wenigstens und dann ducken ok Moment wir sind hier so wir müssen dort rüber und runter wir müssen eigentlich jetzt übers Querfeld ein übers Flugfeld dann würde ich sagen erstmal geradeaus wenn du dich ähm auf die andere Seite drehst 12 Uhr Busch ja Waffen wegpacken na komm gut und dann aufstehen Hände runternehmen und laufen ihr nehmt halt einen anderen Busch hä du bist im anderen Busch ok ich komm zu dir rüber und dann ist er einfach Querfeld einlaufen Moment aber kurz ich muss mich kurz gib mir mal kurz Deckung lass mich noch mal kurz auf der Karte schauen das Airfield war was ist das Airfield da wir sind da jawohl wir müssen jetzt querfeld ein rüber über das Airfield yes sir ja komme gut bin wieder da ok Moment 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 so fertig ja ich lauf dir hinterher los yes so viele Zombies hier ich hab jetzt schon sieben erschossen nicht normal oh noch einer und ich muss nachlagen oh noch einer und ich muss nachlagen ok 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 wollen wir da drüben noch kurz in die Häuser reinschauen weiß nicht war da viel drin nicht besonders viel aber es ist ein Blick rein lohnt sich schon ok dann gucken wir da rein aber erst in die Deckung der Talen gehen geradeaus weiter und runter war für vor yes sir falls ein Zombie kommt war da links auch was äh nein ok erstmal nur das große Gebäude rein ja erstmal an die Wand komm 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 geh vom verbs färscher Knopf ok ok ist sauber Tür steht offen aber das tut sie bei dem Gebäude immer gut die Gefängnistür steht auch offen bist du da ja wir checken erst oben wir checken erst oben Türe ist offen ja bist du da ich muss nicht nachladen warte mach kurz die Türe unten zu so und jetzt gehen wir hoch hier waren sämtliche Türen offen ja weil ich hier auch gespawnt bin ach so ok ja hier bin ich gespawnt ja 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 Munition für mich Essen mit den ganzen M4 Teilen die hier rumliegen hier könnte ich mir schon eine M4 zusammenbauen äh sollen wir mal zur Sicherheit SKS Munition mitnehmen im Magazin hast du ein Magazin? da liegt ein Magazin ein volles 10er Magazin für eine SKS ja pack ein was haben wir sonst noch ein Hunting Backpack ein Atemschutz gut Moment ich drück immer die falsche Taste Alter einen Moment kurz ja nicht erschrecken gell ich lade kurz nach Mistviecher ey Mistviecher ey Mistviecher dass die nicht zwischen Zombies und Menschen auseinander halten können aber hier sind so die typischen die üblichen Verdächtigen unterwegs nix bist du fertig groby? fast so war festgeladen wunderhübsch ähm warst du dort hinten hinter der Treppe? hinter der Treppe ist nix super wir können nochmal kurz runter gucken ich halt die Tür du gehst rein ja und groby was zu trinken sonst nix oder was ist los? äh essen und das war's trinken essen war da hinten ok trinken würde ich noch nehmen ich hab noch ein bisschen Platz ich hab immer noch genug Platz im Fall ok dann nimm du sie ich behalte das mal alles was ich da aufsammel mhm weil genügend Platz hab ich noch kurz umsortieren alles in Ordnung in dem also wenn mich jemand umbringt und lootet der denkt auch was hat der für eine Ordnung gut gut bei mir ist alles ja bei mir ist eben alles strikt nach Essen trinken Munition und äh und äh und äh links ist frei rechts müsste auch frei sein links ist frei rechts müsste auch frei sein muss ich kurz überblicken da hinten war genau von da kommen wir da ist es Fell dann da weiter müssen ne Straße finden genau die Straße hä wir von daraus kommen wir ne ist dir schon klar ok Moment lass mich kurz gib mir mal Deckung in den Baum warte ich hab doch einfach ich hab doch nen Kompass wir müssen doch nach Süden laufen einfach nur ja nach Süden lass mich einfach kurz auf nen Kompass gucken ja